Und wieder der nächste Skandal aus dem Hause Baerbock. Nach der Visa-Affäre, die ja von den Medien eher stiefmütterlich behandelt und unter den Teppich gekehrt worden ist, nun der nächste große Paukenschlag. Außenministerin Annalena Baerbock soll den Seenotrettern, also diesen NGOs, diesen Aktivisten und ich würde jetzt sogar am Anfang des Videos behaupten, diesen staatlich finanzierten Schleuserbanden, 1,9 Millionen Euro auf Grundlage eines Bilanzierungstricks zugeschanzt haben. Und damit herzlich willkommen in meiner Nachrichtenküche. Freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ne? Hier. Geht um die Grünen. Besser gesagt oder genauer gesagt geht es um Außenministerin Annalena Baerbock. Die ist ja eigentlich mit der Visa-Affäre schon vollends beschäftigt, wenn die Medien da mal ein bisschen nachbohren würden, was die Medien hier in Deutschland allerdings nicht tun. Denn, wie wir ja wissen, so ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Journalisten hier in Deutschland, die sind doch eher, sagen wir mal, linksgrün angehaucht. Und wenn aus der Ecke irgendwie was kommt, ja dann ist das alles immer irgendwie gar nicht so schlimm. Was sie nicht mehr unter den Teppich kehren konnten, und das war vor einem Jahr die Aufregung der italienischen Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die der deutschen Regierung wirkliches Schleusertum vorgeworfen hat. Genauer gesagt warf die italienische Regierung der deutschen Regierung vor, mit deutschem Steuergeld hier diese Seenotretter, diese NGOs zu finanzieren und dementsprechend Italien auch in eine ziemlich prekäre Situation zu bringen. Daraufhin distanzierte sich Bundeskanzler Olaf Scholz von diesen sogenannten Seenotrettern, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, er ging eher in Deckung. Und Finanzminister Christian Lindner, der sicherte zu, dass die Finanzierung auch eingestellt werden würde. Denn auch in den Haushalten 2024 bis 2026 wurden diesen Seenotretteraktivisten 6 Millionen Euro zugesagt. Also 2 Millionen Euro pro Jahr. Dabei kam dann auch noch heraus, dass der Lebensgefährte der grünen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt durchaus dort mit seine Finger im Spiel gehabt hat, was diese ganze Geschichte um die Finanzierung dieser Seenotaktivisten anbelangt. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die war allerdings damals schon gegen die Einstellung der Finanzierung. Konnte sich damals wohl nicht durchsetzen, also bediente sie sich eines Bilanztricks, eines Haushaltstricks, welches auch von Rechnungsprüfern so ausgelegt wird, dass man das immer ganz gerne macht, wenn Ausgaben ein wenig verschleiert werden sollen. Also wurde die Finanzierung dieser NGOs von dem kleineren Topf internationale Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen in den ziemlich großen Haushalt, also der 2,2 Milliarden Euro umfasst, humanitäre Hilfe verschoben. Da fällt er halt auch nicht so sehr auf. Ja, so. Und da war es dann nun. Denn der CDU-Politiker Ingo Gärtchens, ich glaube Ingo Gärtchens heißt der gute Mann, der wollte vom Außenministerium, also sprich vom Auswärtigen Amt und Annalena Baerbock wissen, ja sag mal, was ist denn nun eigentlich mit dieser ganzen Finanzierung? Wurde die jetzt nun wirklich gestoppt oder wie schaut es denn da aus? Naja, und da kam dann bei der Antwort des Auswärtigen Amtes heraus, dass Annalena Baerbock diese NGOs trotz alledem weiterhin finanziert hat. Und zwar mit exakt derselben Summe, die sie auch das Jahr vorher gemacht hat. Also sprich rund 1,9 Millionen Euro. Denn diese 1,9 Millionen Euro, die diesen NGOs für dieses Jahr, also 2024 zugesichert wurde, davon wurden schon 1,3 Millionen Euro ausgezahlt. Also es ist nicht so, dass diese 1,9 Millionen Euro da jetzt irgendwie in diesem Topf irgendwo rumliegen und da ist keiner rangegangen, bis man sich dann letztendlich irgendwie drauf einigt, das Geld doch noch auszuzahlen und die ganze Ampelkoalition dann plötzlich doch wieder dahinter steht. Nein, das wurde vom Außenministerium, sprich dem Auswärtigen Amt und Annalena Baerbock in Eigenverantwortung gemacht. Da wurden bereits jetzt 1,3 Millionen Euro ausgezahlt. Und die drei größten Profiteure dieser ganzen Finanzierung, das sind drei alte Bekannte. Und zwar einmal die CI mit ca. 394.000 Euro, die SOS Humanity mit ca. einer halben Million Euro und die SOS Mediterranee auch mit ca. einer halben Million Euro. Und somit werden halt mit Hilfe des Auswärtigen Amtes und der grünen Außenministerin Annalena Baerbock illegale Migranten, die hier an der deutschen Grenze nun aufgehalten werden sollen, wenn es nach der Ampel bzw. Innenministerin Nancy Faeser geht, ja, die werden mit deutschem Steuergeld erstmal schön über das Mittelmeer gekarrt. Dass die nicht in Italien bleiben, das ist uns seit Jahren bewusst. Dass die in das Land weiterreisen, wo angeblich Milch und Honig fließt, das ist uns auch allen bewusst. Das heißt, auf der einen Seite werden mit deutschem Steuergeld diese Personen über das Mittelmeer geschippert und dann sollen sie, weil Bundespolizisten ja auch aus deutschem Steuergeld bezahlt werden, mit Hilfe von deutschem Steuergeld und den Bundespolizisten an der deutschen Grenze aufgehalten werden. Ja. Und das ist auch genau das, was der CDU-Politiker Ingo Gäthiens hier kritisiert. Und noch viel schärfer kritisiert der FDP-Fraktionsvize Christian Dürr die ganze Sache. Denn er sagte, dass es im Bundestag durchaus einen Beschluss gegeben hat, diese Zahlungen einzustellen. Und dementsprechend würde er nun auch erwarten, dass das Auswärtige Amt und Außenministerin Annalena Baerbock sich an diesem Beschluss hält. Tja, Dürr, wenn man sich moralisch über den Gesetzen sieht und hier versucht, eine Agenda durchzudrücken, dann sind solche Beschlüsse eher hinderlich als förderlich. Und von daher möchte ich es jetzt mal auf gut Deutsch sagen, wird halt auch auf so einen Beschluss, egal ob er nun von der Ampel oder vom Bundestag oder sonst irgendwie etwas kommt, regelrecht geschissen. Denn, Frau Baerbock, ist es ja auch durchaus egal, was ihre deutschen Wähler von ihr denken. Und von daher, das ist auch mein Fazit bei der ganzen Geschichte, es ist völlig egal, was der Deutsche Bundestag beschließt in dieser Hinsicht, solange das nicht medienwirksam präsentiert wird. Es ist völlig egal, was die Ampelregierung beschließt, wenn ein einzelnes Ministerium dort ausschert. Und diese Ausscherungen, die haben wir vor allem im Auswärtigen Amt unter den Grünen, im Wirtschaftsministerium unter den Grünen und im Familienministerium unter den Grünen gesehen. Und dabei wird es dann dementsprechend auch bis zum Ende dieser Legislaturperiode wohl bleiben. Von daher, meine Lieben, 11% für die Grünen sind meiner Meinung nach immer noch 6,1% zu viel. Und von daher bedanke ich mich wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, die mir wirklich, wirklich sehr viel wert ist. Und ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag. Ach ja, und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.